Peace Leute, Tag 65, der 90 Tage Challenge. Heute wieder mal bei schönem Sonnenschein. Diesmal mache ich so, dass ich die Schläge nicht so schnell mache, aber dafür hart. Also weniger Schläge, aber mehr Härte. Okay, so versuchen wir es heute mal. Los! Ich bin einig, aber ich bin einig, aber ich bin einig. All right. All right. So, Leute. Runde Nummer 4. Runde Nummer 4. Runde Nummer 4. Oh, oh, oh. Last but not least. Ah. 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 Fertig verdreckt. Ah. 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 Oh So Leute, das war's für heute. Heute habe ich viel Zeit, schönes Wetter, das heißt, jetzt fängt das Training erst richtig an. Also, man sieht sich... Peace, pain and sweat. Bis bald.